Willkommen zurück, ihr Inselaffen, der... Nein, die Inselaffen haben uns schlecht bewertet. Inselaffen waren natürlich nicht ihr gemeint, wir sind ja keine Insel. Wir sind ein Reich! Das Reich der Mitte. Von Europa. Robin ist ein bisschen das Nahsozialismusverandler. Ach, Quatsch. War nur Spaß. Tower of London, was kann ich nicht machen? Wollen wir mal von dem Hitler erzählen, den wir an unserer Schule haben? Oh, ja. Da läuft ein Lehrer rum, der hat einen Scheitel und einen Hitlerbaden, macht Hitler Gruß. Der hat echt so einen Bart wie Hitler. Der sah unser Haar genau so aus. Der hat doch den Scheitel und macht einen Hitler Gruß. Oh, Disziplin, das ist doch jetzt nicht wahr. Sieht doch eigentlich auch so schön aus heute? Der ist Robotnik. Der ist Robotnik? Na, der Vorgänger von Eggman. Ach, gegen ihn hab ich damals gekämpft. Nee, ganz alt. Der Robotnik. Oh, nee. Ich gegen den Eulen... Oh, nee. Gibt ein Spiel. Tja, fechten. Verflucht, du hast den Geheimweg gefunden. Kommt man nicht mehr mit wem oder was? Na klar, mit dem Steuerkreuz. Coole Sache. Ja, du hältst die Firma mit den Ufa halt schon. Ja. 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 Parade. Parade. So ein Dreck. War ein gutes Spiel. Hat aber Spaß gemacht. Weil er hätte wohl genug Zeit zu sehen, dass hier ein Typ auf die Zukunft kommt und so... Das mach ich jetzt. Ich lass mich einfach mal abstechen. War ein schönes Spiel. Der Zimmer hatte ich gewonnen. Schaut leider so besser aus, aber war es realistisch. Oder gegen Traume oder so. Und zwar sehr realistisch, ja. Da kriegst du alle rausgehauen. Aber was, nur zwei Sticker? A3. Oh, was? Gar kein Sticker sind nicht. Ich hoffe, es wird keiner lesen, was die sagen. Wie, du bist Erster? So, direkt ich muss aufholen. Hm, zufällig hast du gerade die Sticker alleine bekommen. Oh, machen wir den Sticker hinnehmen. Wird ganz schön spannend jetzt in der Runde, ob das schon Finale ist? Oh, oh, oh. Zwölf Uhr nachts wieder? Ja. Schön, dass die uns dafür aufweckt. Nimm! Nimm, äh... Rhythmische Sportgymnastik Band. Nimm das nicht? Nimm! Du hast recht. Rhythmische Sportgymnastik Band. No! Ich kann nicht. Ich muss mal kurz in den Augen kratzen. Nimm das nicht. Nimm das nicht. Oh, nein, nein, nein. Sportlas Auge nervt tierisch. Mach's raus. Also... So... Förtlich so auf Tisch. Jetzt vermied ich immer falsch. Such dir ein Lied aus! Wieso muss ich das auch nehmen? Haha, weil ich wüsse nicht. Aber wie denn jetzt hier am Start an... Warum darf Geld anfangen? Ich hier das auch ausrufen, da! Das ist voll uncool! Ich da wieder fröhlich. Der weiß.. Der wollte mal die Bonduelle Werbung machen! Der Mais nicht Reis! Oh, das gibt kaum ein gutes Video mit diesem Bonduelle Song. Der der Mais marschiert! Warte! Sag du mal! Ja, der Mais marschiert. Und weiter. Der schmeckt so lecker, alle essen Bonn-Duel. Du hast recht. Irgendwie hat die Fernbedienung gar nicht reagiert. Diesmal hängen wir das Video aber wirklich hinten ran. Alter Reis, Alter Reis, Alter Reis. Alter Mais, ich sag mal Reis. Der Mais, der Mais, der Mais, der Mais, man schiert von Bonn-Duel. Schmeckt so gut, das ist so. Keine Ahnung. Da war schon noch manchmal Erbsen und so. Jetzt gibt's auch Goldig! Goldiger! Am Goldigsten! Bom! Komm mal auf! Du bist fett, du konntest es nicht. Da muss man sagen, ich weiß es richtig geil aus, die da viele Leute. Und du bist weiß. Tja, so muss das ja auch sein. Gut aussehend. Ey, es war viel zu perfekt und macht es keinen Spaß. Jetzt kommt eine... Todes... Perfekte Leiste. Von dem großen Favoriten Robin. Ja, der Mais, ja der Mais, ja der Mais marschiert, ja der Mais, ja der Mais, der triumphiert, ganz vermust, bin ich groß, ich bin leckerer Mais, ja, ja. Lass mich in dein Mund hinein und beiß ganz tief in mich rein. Ich bin Mais, er schmeckt so gut, ich hab einen großen Hut. Der Mais, der Mais, der Mais, der Mais, der Mais, der Triumphiel. Ganz famos, bin nicht groß und trage einen Hut, der aus Filz ist. Im grünen Bereich muss es ja anders nicht ganz verspalten, oder? Ich trage einen großen Hut, ja der Mais, der Mais, der Mais, der Mais marschiert, ja der Mais, der Mais, der Triumphiert. Ganz famos, bin ich groß. Jetzt ist gut, sonst holst du nachher noch auf. Ist doch klar, ja der Mais von Bonn-Luel, der geht ganz schön schnell. Nein, ich hab's Ende versaut, dass ich jetzt geschafft. Nein, hättest du nicht. Doch. Zweiter ist auch okay. Aber die Funkgasse. Ich hab' geschafft. Hättest du nicht. Wohl. Hättest du nicht mehr als Zeitpunkte gekauft. Hättest du nicht mehr als Zeitpunkte gekauft. Hättest du nicht mehr als Zeitpunkte gekauft. Oh Mann, das ist kacke. Ey, du hast Mickey Mouse Bücher? Naja, das ist nur das Kissen. Entschuldigung. Wie kann man denn? Der Kissen vom Mickey Mouse. Oh, für einen Sticker. Oh, der hält sich so viel so cool. Weil wir Kissen und Mickey Mouse hat. Am besten die Kamel hat alle deine Sticker auf dem Fragezeichen. Ey, du hast es mir schon mal passiert. Ne, Bonus, Sticker los. Ja, das kann ich auch meine Sticker mal legen oder so. Ich erinnere dich nicht dran. Mann, das ist doch gut jetzt. Die Schlampe hat meine Sticker geklaut! Ey, das gibt's nicht. Ich hab's gesagt. Ey, hör doch auf. Die Schlampe hat einfach meine Sticker geklaut. Ich hab's nicht als überholt gehabt. Ey, ich hätte gewonnen, Mann. Ey, die Schlampe hat meine Sticker geklaut. Ey, die Schlampe hat meine... Ernsthaft? Ernsthaft? Schnell, ich will den haben. Ich will ihn. Nein, ich bin weiter weg als du. Wo bist du? Ich leh' dich nicht. Ha, du bist vor mir. Ich krieg' dich. Du bist vor mir. Den kriegst du erst. Das ist jetzt nicht die Schnelligkeitsschuhe. Das ist unfair. Er... Schnellspeichern hören wir auf. Warte. Blüblüblü, blü. Du darfst das nicht lesen. Ich drück' doch zwei. Warum passiert das nicht? Du kannst dich nicht konzentrieren, wenn ich so laut bin, sprimmts raum. ich muss gegen den Mais antreten würde ich gerade sagen. Ich muss gegen Mais antreten. Mais. Die Bingo. War das nicht mal ne Flipperbahn? Oh Philipp, er hat so beinahe alles auf den Laptop verschüttet. Das hätte mir jetzt voll leicht getan. Wo ist meine Kugel? König Mugu. König. Er hat auch ne Blase, ist hässlich. Kanacke. Wie geht denn das Spiel? Halt, ich bin auch! Ich habe vergessen wie das Spiel geht. Ganz große Leistung, Robin. Oh, das ist uncool! Du weißt schon, dass wenn du verlierst, dem Typen einen 50er geben musst. Das ist auch egal. Wo bist du hin, Kumpel? Not so schnell! Genau! Best friends forever! Zwei! Weißt du? Du musst die Farbe dir nur nach vorne neigen. Oh, ey! Top Leistung. Ah, der ist schon voll weg. Du hast immer ein zweiter. Voll dramatische Musik hier. Oh, der ist schon unten! Ah, der ist schon am Ziel. Okay. Ey, du hast die Abkürzung nicht schlecht erspächt. Vielleicht hast du doch noch ne Schla... Naja, ne, nicht wirklich. Wenn du die Abkürzung nicht genommen hättest. Vielleicht trifft er das Loch nicht. Okay, der hat gewonnen. Nein, er ist gestorben! Los, beeil dich! Warum fieber ich mit? Ey, du holst auf! Der ist noch nicht drin! Doch gibt's Scheiße! Ah, fuck! Komm, er schafft es! Ey, Mann! Mach mich stolz! Ich geb dir Babys, ne? Schade! Aufgekommen! Wartest du mal! Ich will nicht ins Ziel! Er könnte einfach abbrechen! Für eine Mülle aus der Schrecke! Ich bin da auf die Formel 1, wo ich ganz hinten mal habe. Ich hab immer den Schrecken gesperrt, weil ich so einen Tag länger gebraucht habe. Gott weiß! Hat doch keiner gesagt, dass ich mit draußen mehr nicht antreten darf! Ach! Ah, das witzig! Naja, das war dann wohl... Arsch! Waa? Bonus-Sticker, weil er so schlecht ist, oder was? Hohoho! Ich kann mich nicht besiegen! Ah, nächstes Mal sehen wir mal sehen! Ja, weißt du? Beim Bowling, ne? Ah, nächstes habe ich Stick... Oh, ich hab Frankzeichen mehr! Komm, Baby, komm, Baby, komm, Baby, komm! Oh Gott sei Dank! Sag mal voll Schiss, dass du jetzt irgendwas Schlechtes machen! Du hast alles Dicke aufgeklebt! Gehen wir nach London zurück! Wo sind wir sonst? Wo klebe ich die auf? Ich war nach Deutschland, um nicht sicher aufzukleben, oder was? Naja... Okay, ja... Idiot! Du bist ein Idiot! Man, das wollte ich ja... Ha! Oh, fast dachtest du wahr? Ich bin ausgerollt, dachtest du das? Ich bin schneller! Verdammt! Ha! Warum willst du nicht mit mir spielen? Nein, nicht... Na, sag nicht ja! 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 Nein! Ja! Ja! So ist es ja! Der wollte ich mit mir spielen! So ist er weggegangen! Weil ich ihn besiegt habe? Im, 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 in... Im, was hab ich ihn besiegt? Im, was hab ich ihn besiegt? Im Diskuswerfen, genau! Ey, ihr seid voll arschkrappig! Hä? Geh! Ey, specki! Ach nee, ich bin specki! Ha, voll in die Fresse, Schlampe Erf, ich durf ja keine Ausdrücke mehr sagen Sorry, vergesse ich immer Irgendwie springe ich da immer nicht so gut rüber Was, jetzt schwirrt die kleine alte? Ey, guck mal, wie die kleine Bitch abgeht Robin, du musst jetzt mich gewinnen lassen Sonst gewinnt sie Oh, Schlampe hat mich abgeschossen Du sagst irgendwie gar nicht so viel Ja, ich bin ja voll gespannt, ob das Spiel Ja, los, helf mir Ja, Superstern, Bitchy, Bitchy, Bitch Komm schon, zeigts der Bitch Oh nein, ich bin nicht schön Ach da So, hab ich mal am wenigsten Punkt, ich häng mich da voll rein Also wirklich Ich hau 111, ich hab 86 Oh, steht das nicht Macht nichts Eigentlich wäre die Folge schon, wäre das Scheißding hier schon längst zu Ende Komm, wir machen jetzt eine etwas längere Folge Oh, was mit zwei Sticker hat's gegeben? Oh, wie groß Sticker, wie immer Krieg ich keinen Die Leute wollen nicht mehr mit mir spielen Die Leute geben mir keine Sticker Die Leute lassen mich einfach nicht gewinnen Das ist kacke Wie, jetzt passiert ja noch irgendein Scheiße Ey, ich war auf dem Ersten Was ist der wieder, ey? Fickt euch doch alle Nein Lass mich mal erster werden Krieg ich für den Sticker Und dann haben wir es fast geschafft Wie, fast Ja, dann fehlt mir nur noch einer Macht Volli Ne, Volli, weil das zu lang Mach Oh, das ist alles scheiße Mach Diskus werfen Volli, weil mach Hast ich mich jetzt nicht ganz verstanden? Das stimmt nicht Ich hab dir gerade das zugehört Ja, dann mach wenigstens sofort zur Disziplin Dass wir jetzt hier noch in zwei Sekunden das kompletten Spiel Bewegung, Steuerkreuz Annehmen Oh, wie Spielerwechsel, Blocken, Zwei Das ist ja eigentlich alles mit der Zwei, ne? Meinst du? Ich bin mir ja jetzt nicht so sicher Oh, wir sind nicht im Team, Gott sei Dank Wie, so hat Danny hessischen Klempner Klempner wieder hier Klempner-Power, ha Ich glaube, komm mit dir Wo hast du denn jetzt da? Hast du, hast du Hätt ich noch Damit hab ich jetzt irgendwie gar nicht gerechnet Oh, hatte ich Oh, Prokodil, du bist scheiße Deine Muna ist ein Elefant, ey Und Büffel war dein Vater, ey Gärt das mich Ich denke mal, in meinem fetten Bauch kommt keiner mit dem Ball vorbei, aber Jetzt, komm weg Hat er den gar nicht getroffen? Ich dachte, er hätte gerade nicht mehr Ah, hat er hüppische Hände Oh, mein Hip-Hop war dein Onkel, älter Was sieht's mal aus? Toi Hast du? Hast du? Arriba! Arriba, Arriba! Arriba noche! Tu lösche! Ey, ich spiel's scheiße Arriba, 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 Arriba Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play London Party Modus von Mario Zami bei den Olympischen Spielen Bis dahin A und B Hau